So, wir sind nach einem langen Tag mit vielen Diskussionen am Ende der Veranstaltung angelangt. Also ich darf resümieren, wir haben es mal wieder geschafft, als Öko-Institut Plattform zu sein für sehr gute Diskussionen, die von Umweltverbänden bis Industrieverbände über die Verwaltung, über die Politik alle zusammengebracht hat und was wir aus den Arbeitsgruppen gehört haben, was wir aber auch heute Morgen alle aus dem Plenum mitgenommen haben. Es gibt offene Diskussionen, man beleuchtet das, was ist, man redet aber über Dinge, wie man sie konkret machen kann. Das macht mich auch optimistisch mit dem, Sie haben ja eine ganze Reihe gefragt in den öffentlichen Diskussionen oder auch an den Tischen draußen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also erstmal haben wir beim Öko-Institut mit der Veranstaltung und der dann Anfang nächsten Jahres erfolgenden Veröffentlichung des Gesamtberichtes haben wir das getan, was wir in dem Projekt machen wollten. Nämlich die Informationen aufarbeiten und zur Verfügung stellen, aber es ist ja nicht unsere Art, dass wir dann sagen, gut, kann in irgendwelche Schubladen gehen, das haben wir ja auch bei vielen anderen Themen anders gemacht. Also ich kann Ihnen versprechen, dass wir viel von dem, was wir hier aus den Diskussionen gelernt und mitgenommen haben, auch versuchen umzusetzen. Also der Spruch, man muss die Rohstoffwende 2049 sozusagen zur Marke entwickeln. Also wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht eintragen lassen als geschützte Marke, aber das als Art Projekt hier in der Gesellschaft für die verschiedenen Spieler, die heute ja auch alle gut und intensiv mit dabei waren, dass wir uns darum kümmern. Es würde vielleicht der nächsten Bundesregierung ganz gut anstehen, wenn im zuständigen Koalitionsvertrag Rohstoffwende 2049 drinsteht, um da mal auf etwas, was weniger als zwölf Monate entfernt ist, hinzuweisen. Wir werden auch weiter daran in unserer Rolle als Plattform und Diskussionsplattform uns Formate überlegen, zu denen Sie natürlich auch wieder eingeladen werden. Was wir aber auch mitnehmen, ist, dass aufgrund der Komplexität des Themas ja an ganz vielen Stellen verschiedene sinnvolle Sachen gemacht werden. Es ist dargestellt worden, wie in der Bundesregierung in verschiedenen Teilbereichen bestimmte Sachen gemacht werden. Also wir können natürlich nicht die Bundesregierung koordinieren. Das wäre jetzt das Öko-Institut weit überschätzt. Aber wir würden vor allem mit denjenigen, die es hier auch in die Diskussion eingebracht haben, schon versuchen, einen Weg zu finden, wie man da ein bisschen verhindert, dass dann viel klein-klein unverbunden nebeneinander steht und die Sachen inhaltlich etwas mehr miteinander koordiniert sind oder auch von der Wirksamkeit. Das ist mit dem Wald der Labels war, glaube ich, ein Begriff hier aus der Schlussdiskussion, um solche Dinge zu verhindern, weil das wissen wir ja alle, dass Labels dann gut und wirksam sind, wenn sie auch überhaupt erkannt werden und man auch versteht, was die wollen. Und das geht nur, wenn zu dem Thema kein Wald da ist, sondern ein paar einzelne große Bäume oder auch nur ein großer Baum. Also wir werden uns weiter darum kümmern. Wir werden jetzt auch die Planungen dafür aufnehmen. Erste Gedanken hatten wir selbst, haben viele Gedanken hier mitgenommen. Deswegen möchte ich allen für die Teilnahme danken und nicht nur für die passive Teilnahme. Viele haben ja intensiv mitdiskutiert. Wir hatten ja deswegen auch das Format mit den Arbeitsgruppen, dass es mehr Möglichkeiten zum Diskutieren gibt. Ich glaube, das war ein intensiver Austausch, der ohne die Beteiligung von Ihnen allen nicht funktioniert hätte. Ich möchte mich besonders bedanken bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die an den Leitungen der Arbeitsgruppen, an den hier jetzt an der Abschlussdiskussion teilgenommen haben, die sich da ja auch teilweise intensive Vorbereitungszeit reinhängen mussten. Ich bedanke mich, das muss ich als Geschäftsführer des Öko-Instituts natürlich machen, bei meinen Öko-Institut-Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit. Und ich bedanke mich auch bei unserem Organisationsteam, dass die das geschafft haben, hier in die Location zu kommen. Ich hatte heute Morgen mit einem Satz erwähnt, soweit es das Öko-Institut Büro Berlin betrifft, haben wir ja in Annertal-Bräumen hier 1991 angefangen, als noch nicht so schöne Inneneinrichtungen da waren. Das hat erst der Beamtenbund, nachdem er das Gebäude wieder übernommen hat, dann in Fortentwicklung alter Bausubstanz, um das Thema nochmal zu bringen, gemacht. Also für uns ist es auch so ein ganz klein wenig sozusagen der Sprung 25 Jahre zurück. Ich finde, wir sollten die 33 Jahre gut nutzen, damit wir 2049 auch in der Republik sagen können, wir haben viel bewirkt in der Republik, in unseren verschiedenen Funktionen, in Verbänden aller Art oder in der Verwaltung, in der Politik, in der Wissenschaft schaffen wir auch. Und wir sollten dann eben jetzt mal den kurzen Rückblick, den wir heute noch machen, wir feiern heute ab 6 Uhr hier in dem Raum, den wir schon aus den Pausen kennen, in unserer 25-Jahre-Büro-Berlin-Feier. Und wer da bleiben will, ist herzlich eingeladen. Damit nochmal vielen Dank und dann einen guten Nachhauseweg, entweder jetzt oder nach der Feier bei uns. Applaus